Mir gefällt am besten, dass wir jetzt die vierte Generation von unserem Look haben, dass das ganze UI wieder modern ist, dass es auf HTML und auf Java genau gleich aussieht und dass wir jetzt in einer absolut modernen Oberfläche hierher kommen. Die Entwicklung hat etwa eineinhalb Jahre gedauert. Wir haben uns entschieden, dass wir das UI renovieren. Es hat sehr viel Arbeit für sehr viel Programmieren gebraucht, damit wir so hierher kommen. Man kann sich vorstellen, dass wir 800 Icons auswechseln müssen und etwa 5'000 Bildschirme überarbeiten müssen. Der End-User hat schon, gerade wenn er das Aberkurs startet, viele Vorteile. Er hat ein komplett neues Menü, wo er seine Favoriten ins Zentrum stellen kann, wo von der Organisation, vom Programm viel besser daherkommt wie bisher und wo ihm das Arbeiten vereinfacht. Gratul! Ja! positivity. Untertitelung des ZDF, 2020